Yo, ich bin der Staat, der Staat bin ich, der Staat ist wer? Wenn wir der Staat sind, wir am Staat sind, dann gibt's keine Gegenwehr. Es ist nicht schwer zu verstehen, im Gegenteil ganz kinderleich. Keiner arm, jeder reich, in diesem Staat ist jeder. Es geht um Nahrung, Energie, Verantwortung. Um einen verantwortungsvollen Neuanfang. Konkret, ja, konkret, wenn der Bauer den Flug nicht selber machen kann und nicht den Meldräscher und der Baumeister nicht selber den Mörteln mischt, dann macht er Geld. Nein, dann brauchen wir mehr. Mir ist das für Sven, das hat halt 0,02. Und damit haben wir den Staat und den Krieg erfunden. Scheiße. Wir sind für die Abschaffung der Geografie. Nur so können Krieg und Frieden verhindert werden. Ja, wenn es gerade so geht, muss man laufen. Wenn es so richtig gut läuft, wird man gefahren. Ja!